Hallo Leute, hier ist der Daniel von eurem Black to the White Team und ich möchte euch heute zeigen, bzw. ich möchte euch heute die Tweak namens Manual Corrector vorstellen. Diese ist natürlich wie immer im CDA Store zu laden und ist kostenlos. Diese nennt sich Manual Corrector. Das zeige ich euch einmal. So, hier könnt ihr es sehen. Es ist kostenlos und in der BigBall Rebo erhältlich, bzw. BigBox Quelle. So, Manual Corrector bewirkt das, wenn ihr jetzt hier bei Notizen zum Beispiel oder allgemein, wenn ihr irgendetwas schreibt, das die Aussprache, bzw. schaut es euch einfach mal an. Ja, schade hier gerade nicht. Zum Beispiel, hier normal setzt es ja immer ein und nur wenn wir hier drauf drücken, wird das ersetzt. Heißt, wenn ich schon wieder dieses Auto jetzt zum Beispiel schreibe und ein Leerzeichen mache, würde es jetzt nicht sich überschreiben. Das finde ich ziemlich nützlich, wenn man relativ oft SMS schreibt. Und ja, ich sage bis zum nächsten Mal, haut da rein und bis bald. Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.